Und so hier. So. Zack. At 25. I repeat at 25. Oh. Seems legit. Affirmative. I don't have a show. I don't have any. Okay, so wie das mit der Adi funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Ich kann nur treffen, wenn ich ausreichend angedreht habe. Das heißt, bevor ich schieße, ja zuhause habe ich einen Ventilator, der das für mich tut. Aber bevor ich schieße, muss ich praktisch andrehen. Jetzt. Und dann treffe ich auch. Ja, so einfach ist es. Geht halt aber auch nur, wenn das Ding ordentlich dreht. Du hässliches Tier! Du hässliches Tier, weißt du was? Oho. Du hässliches Tier, ey. Ey, so richtig Schakeiler, du. Oh, ey, danke Team für die Hilfe. Sehr schön. Haben wir den Keiler rausgekriegt, du. Meine Güte, ey. Nicht. So erstmal schön hier. Zack. 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 Und in Sicherheit. Muss im Gegner erstmal zeigen, was du alles drauf hast, was du alles kannst. So. Nicht anders, Leute. Das ist ein komischer Panzer. Ach ne, hier, Emil 1 ist das, ne? Ja. Ja, Emil. Ey, meine Pose ist scheiße. Ich fahr zurück in den Wald. What the fuck? Wer seid ihr? Oh, jetzt bin ich gespottet. Was macht ihr da oben? Ihr steht zu fünft seit drei Minuten so da und nichts passiert. Hallo. Keiner spottet vom Hügel runter gar nichts. Sie stehen einfach zu fünft hier hinter der Mühle. Oh mein... Loll. Worum sitzt der Typ ein? Ah, let's go, Leute. Ab in die Stadt. Hallo? No? Nee. Ah ja, gut. Ich wollt grad sagen. Der Tank einfach fest und dreht sich auf der Stelle, du. Oh Gott. Das ist Schelle links, Schelle rechts, aber gleichzeitig. Aber den müssen wir ja auch noch mal hier ein bisschen was teachen, den EBR. Sturm bin einfach nur rumfahren und halt irgendwie in den Stein berühren und dann schleudert sich durch die Luft, landest auf dem Kopf und dann warst du es. Das ist glaube ich das Schwierige beim EBR. Noch mal. Oh mein Gott. Mit Leisen. Nochmal. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich mach jetzt den Rest strecken, ja. Ich find's jetzt nicht so schlimm, oder? Ich hab's ja noch nie hinten geguckt. Ah ich hab noch nie hinten geguckt, das seh ich nicht. Wie sieht's hinten aus? Ich seh es leider nicht hinter mir. Ich seh es nie. Ich seh mich selber leider nicht von hinten. Das will ich gleich im Spiegel angucken. Das hat irgendwie was Perverses. Oh mein Gott. Die Keilerrolle, Alter. Die Keilerrolle am Rubbelstein, Leute. Das ist natürlich richtig blöd. Ja, kommst du nicht weg, ne? Ja, Adi. Gun Depression fehlt dir, ne? Kriegst du nicht runter den Lümmel, ne? Oh no! Oh no! Oh no! Maslow. Oh no! 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 Oh. Oh no! Oh no! Oh no! Tag, schau, so penne ich ihn in dem Weg. Jetzt steht nicht ernsthaft diese AP-Gelände. Steht links vom Bahnhof-Gelände. Genau da steht er. Ah, jetzt fährt er weiter. Oh mein Gott, leider. Was macht der, Alter? Tötet der gerade jemanden? Tötet der gerade. Ich kann nicht mehr, Alter. Was ist das für Geräusche? Nein! Ey, 140er steht die ganze Zeit dort drin. 3,6,7, ausgo. Kaila ist gar ne Kail, ne? Kaila ist auch gar ne Kail. Leo, es wäre echt cool, wenn du dir vielleicht einfach mal... Achtung, der LV jetzt. Oh nein, Alter. Oh nein, Alter. Scheiße. Oh nein, Alter, das ist so böse. So, ich fahr mal kurz zum Rumpen. Ich erschreck ein Maus. Ich würde gar nichts Böses... Könnte ich bloß mann, ja? Sehr mir nicht böse. Schöööön, ah, die Maus gräbt sich hier gerade ihr eigenes Grab. Das macht mit dem 257 hier oben, Sniper-Proben, oh, oh Junge! Oh, 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 oh!